Hier guck guck. Hier Farnung. Alter, wo heißt die Handschuhe? Ich muss nicht trinken. Sobald die beiden dann weg waren, hast du ja hier einmal vor den 10, 11 Schritten. Warum rein, egal. Gar nicht. Hab ich nicht mehr löst. Ja, die Damen haben immer alles dabei. 4-5 Stück, ne? Voll auf der Seite hier. Du? Ja, hier auch. Ein Platz da nur. Michael darf heute, ne? Ach ja, ne? So, weil du dich nicht bewegst, ne? Wir gehen links, oder? Wie gute Maul, Leute! Wollt ihr links, oder was? Ja, links, super. Der kommt wieder in den Bunker. Hier steht ja Vandalisier. Un-Vandalisier. Käptenbinde halt einfach. Blau? Heute Abend vielleicht. Ready? Drei, zwei, eins, go! Warte! 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 Gerade zu steht, er, gerade zu steht. Warte! FUUT! Wow, 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 wow Yannick, links HIT Ich schrei die ganze Zeit links, dass ihr guckt nicht Die ganze Zeit schrei, Yannick, links Ja Jawohl Ja 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 ich habe einen Bunker hier einer machte keine Vorwährein mal gucken was hinter dem Bunker abgeht das ist wirklich unauffällig ja der hier Der im Bunker hat mich glaube ich rausgenommen. Mich hat auf jeden Fall einer mit Toro rausgenommen. Nichts!